Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wo liegt die große Glück heute am 15. August 2017? Und wen beschenkt Fortuna mit diesem Glück? Das sind gerade die Stiergeborenen. Besonders die Stiergeborenen, die am 11., 12. oder 13. Mai Geburtstags haben. Und in welchem Lebensbereich haben die Stiergeborenen gerade Glück? Das ist die Berufberufung. Es kann sein, dass eine gewisse Spannung ist im Arbeitsplatz oder Themen mit Vorgesetzten. Aber die Stiergeborenen zeigen Mut und Kraft und sie werden ihren inneren Unsicherheit überwinden. Nicht alle Stiergeborenen, aber bei einem oder anderen kann sogar passieren, dass sie eine Kündigung bekommen. Aber das sollen sie auch als Glück betrachten. Weil das ist dann wichtig, etwas loslassen, verabschieden, von etwas trennen, damit etwas Neues kommen kann. Und genau da haben die Stiergeborenen gerade Glück. Ein beruflicher Neuanfang. Also etwas ändert sich im Arbeitsplatz, in beruflichen Situation. Oder einige Stiergeborenen leben ihren wahren Berufung. Gespräche. Da sollen die Stiergeborenen schweigen. Es kann nämlich passieren, dass jemand versucht, Stein im Weg zu legen und kommen weitere Hindernisse. Also wenn sie beruflich etwas vorhaben, das soll nur ein Geheimnis bleiben. Aber meine Kontaktdaten bleibt nicht Geheimnis, das befindet sich unten. Und wenn jemand wissen möchte, welchen Tagen sind die Glückstagen und in welchen Lebensbereichen erleben, dann können wir das natürlich maßgeschnitten berechnen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.